Herzlich Willkommen bei der Firma Holzleitner. Schön, dass Sie da sind. Holzleitner Elektrogeräte hat allein in Nordrhein-Westfalen 30 Filialen. Ein Familienbetrieb und das seit über 50 Jahren. Holzleitner führt ein breites Sortiment aus den Bereichen Waschen und Trocknen, Kochen und Spülen, Kühlen und Gefrieren. Mit unterschiedlichen Preisen und Marken aller wichtigen Hersteller. Für Servicequalität sorgen die motivierten Mitarbeiter, Menschen, die Menschen mögen. Die letzte Anschaffung der Kunden ist oft über 10 Jahre her. Moderne Maschinen können viel mehr und verbrauchen viel weniger Energie und Wasser. Lieferung und Anschluss sind im Preis enthalten. Der Kundendienst ist zuverlässig, preiswert und schnell. Reparaturen werden innerhalb von zwei Tagen durchgeführt und sind wesentlich günstiger als die Herstellerkundendienste. Zur Holzleitner Familie gehören natürlich nicht nur wir beide, sondern alle Mitarbeiter, ohne die wir nicht den Erfolg hätten, den wir haben. Wir können lediglich die Weichen richtig stellen. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich, hier und an einem unserer Fachmärkte. A Este an, da wir heute Moderne Maschinenтьienda국s machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018